Ab dem 1. Februar 2019 ist diese hier angebotene Einzimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die neuwertige Etagenwohnung liegt in Münster. Das im Jahr 2012 erbaute Haus verfügt über drei Etagen. Die Immobilie befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Fernwärme-Zentralheizung beheizt. Das Objekt ist barrierefrei zugänglich. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche und einen Tiefgaragenparkplatz. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Die Wohnfläche der Etagenwohnung liegt bei ca. 28 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 449 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.